Wer im Osten regieren will, scheint an dieser Partei kaum vorbeizukommen. Das Bündnis Sarah Wagenknecht hat gerade zweistellige Wahlergebnisse in drei Landtagen eingefahren. Und jetzt? Mit ARD-Hauptstadt-Korrespondentin Dagmar Pepping schauen wir uns an, ob das BSW überhaupt schon regieren kann. Oder ob die Partei von ihrem eigenen Erfolg überrannt wird. Bislang setzt das Bündnis Sarah Wagenknecht voll und ganz auf eine Frau. Kann das gut gehen? Das klären wir heute. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Donnerstag, der 26. September. Hallo Dagmar. Hallo Viktoria. Dagmar, du bist im ARD-Hauptstadtstudio. Die Korrespondentin, die sich mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht beschäftigt. Du hast die neue Partei auch im Wahlkampf begleitet. Was ist dir davon besonders in Erinnerung geblieben? Zum einen, dass Sarah Wagenknecht wirklich große Menschenmengen zusammenbringen kann. Auch sehr unterschiedliche Menschen, wenn man die Leute auf den Marktplätzen sieht. Aber vor allen Dingen auch dieser ganz große Auftritt. Und meistens sind die Spitzenkandidaten in den Landtagswahlkämpfen sozusagen die Vorgruppe. Und dann kommt die Hauptband, dann kommt der Hauptact, dann kommt Sarah Wagenknecht. Wird dann mit einer Limousine, einer gepanzerten und mit Personenschützern hinter die Bühne gefahren. Da gibt es dann Planen, um die Sicht auf sie zu verhindern oder dass sie eben auch von Leuten vielleicht auch angegriffen werden könnte. Und dann auf einmal ist der Auftritt ganz zum Ende ihre Rede. Sie geht die Treppen hoch, auf die Bühne, das Publikum flippt aus. Ich freue mich sehr, heute wieder hier zu sein. Sie steht dann da durchgedrückt den Rücken und redet dann über soziale Ungerechtigkeiten. Und die Leute hängen ihr an den Lippen, wenn sie dann über Fragen redet, wie Krieg oder Frieden. Dass jeder der Kriege beginnt, ein Verbrecher ist jeder Politiker. Wenn sie sagt, es dürfen keine neuen amerikanischen Raketen in Deutschland stationiert werden. Wenn sie über die Ampelkoalition, muss man schon sagen, herzieht und sagt, eine unsägliche Regierung, die weg muss. Und wir haben die dümmste Regierung, die es überhaupt gibt. Auch wie da Leute daherkommen und so tun, als würden sie mit jeder Kröte am Straßenrand leiden. Aber gleichzeitig ist es ihnen eben scheißegal, wenn die Menschen nicht mehr richtig heizen können, weil die Heizölpreise und die Gaspreise gestiegen sind. Es ist ihnen sowas von egal, dass immer mehr alte Menschen zu den Tafeln müssen. Das sind schon Töne, da holt sie Leute ab und sie ist auch wirklich eine Meisterin des Populismus. Also, sie kommt anscheinend bei vielen Menschen wahnsinnig gut an. Das Bündnis Sarah Wagenknecht, das hat in den letzten drei Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und jetzt Brandenburg aus dem Stand ein zweistelliges Ergebnis jeweils eingefahren. Womit hat das Bündnis Sarah Wagenknecht, das BSW, denn die Wählerinnen und Wähler überzeugt? Diese Partei hat wirklich eine Lücke im deutschen Parteiensystem gefüllt. Sozialpolitisch ist man eher links. Wenn es um gesellschaftspolitische Fragen geht, dann ist man eher rechts oder ich möchte lieber sagen konservativ. Und dann kommen da kritische Töne gegenüber der Migration dazu, dass man sagt, wir werden überfordert, wenn so viele Leute nach Deutschland kommen. Und Parteienforscher sagen, das ist eine neue Partei, die links konservativ ist. Und dann über allem thront wirklich die Person Sarah Wagenknecht. Als Gründerin und als Namensgeberin, ich glaube, keine andere bekannte Partei, ist nach einer Person benannt. Es ist das Bündnis Sarah Wagenknecht. Sie gehört zu den bekanntesten Politikern in Deutschland. Sie hat Charisma. Sie ist eine wirklich sehr gute Rednerin. Freie Rede auf den Marktplätzen. Und sie kommt damit an. Und das ist wirklich auch das Entscheidende. Man sagt, die Wähler würden das BSW nicht wählen, wenn es die Person Sarah Wagenknecht an der Spitze nicht gäbe. Die Person Sarah Wagenknecht ist wirklich mitentscheidend dafür, dass das BSW gewählt wird. Und welche Themen haben da die Leute besonders angesprochen? Das eine ist im Wahlkampf auch immer nach vorne gestellt. Meistens auch zum Abschluss der Rede nochmal angesprochen. Das Thema Krieg und Frieden. Die Angst, dass es zu einem Dritten Weltkrieg kommen könnte. Also natürlich ist Frieden nicht alles. Aber ohne Frieden ist alles nichts. Da hatte doch Willy Brandt recht, als er das gesagt hat. Ich kann doch nicht in Brandenburg die Schulden sanieren, wenn es einen Krieg gibt, wenn wir uns immer tiefer in einen Krieg hineinziehen lassen. Die Kritik daran, dass in Deutschland amerikanische Raketen stationiert werden sollen. Die Kritik daran, dass Waffen in die Ukraine geliefert werden. Das sind Punkte. Dann, was sie schon seit vielen, vielen Jahren sagt. Kritik daran, dass die Migration nach Deutschland nicht kontrolliert wird. Das ist etwas, das hat sie ja schon 2016 kritisiert. Und da gab es ja richtig viel Ärger in der Linkspartei, was ja auch zu so einem Bruch zwischen Sarah Wagenknecht und der Linkspartei geführt hat. Und dann eben das Thema soziale Gerechtigkeit. Sie sagt, wir brauchen höhere Mindestlöhne. Wir brauchen höhere Renten. Ich will, dass die Corona-Zeit aufgearbeitet wird. Das sind so die Kernforderungen, womit sie die Leute abholt. Also du hast schon gesagt, alles ist sehr zugeschnitten auf diese eine Person wie keine andere Partei. Wie sehr bestimmt denn diese Einzelperson Sarah Wagenknecht den Kurs der Partei politisch? Die Partei wird von Sarah Wagenknecht dominiert. Das kann man so sagen. In den Landtagswahlkämpfen ist immer nur Sarah Wagenknecht plakatiert worden. Ihr Gesicht und dann die Botschaft Krieg oder Frieden. Das ist etwas, was komplett auf sie zugeschnitten war. Das habe ich so bei den anderen Parteien nicht so wahrgenommen. Es gibt sogar auch Kritiker, die sagen, dass nicht nur die Person Sarah Wagenknecht den Kurs bestimmt, sondern sozusagen auch das Ehepaar Lafontaine Wagenknecht den Kurs dieser Partei bestimmt. Denn Sarah Wagenknecht ist ja mit Oskar Lafontaine verheiratet. Der immer im Hintergrund sich ein bisschen hält, aber durchaus auch als der einflussreichste Ratgeber seiner Frau gilt. Sie hat jetzt aber einen Kreis von Leuten um sich geschart, die ihr dabei helfen müssen, diese Partei aufzubauen. Im Januar erst gegründet, die hat gerade mal 900 Mitglieder, schätzt die Partei. Mehr gibt es nicht. Und die sind jetzt in dieser Situation, dass sie auf einmal im Europaparlament sitzen, in drei Landesparlamenten sitzen und gegebenenfalls sogar jetzt in Landesregierung einzielen sollen. Eine so kleine, eine so junge, eine so unerfahrene Partei mit eben Sarah Wagenknecht als Gesicht und eben als Impulsgeberin. Wenn wir da jetzt mal drauf schauen als Partei, wie ist die jetzt aufgebaut? Was für Strukturen gibt es da schon? Tja, man hat jetzt gerade frisch den 10. Landesverband gegründet in Rheinland-Pfalz am Sonntag. Sechs Bundesländer haben noch keinen Landesverband, da muss man eben noch die Strukturen schaffen. Man hat jetzt zehn Abgeordnete im Bundestag. Das sind ja alles Abgeordnete, die wie Sarah Wagenknecht aus der Linkspartei ausgetreten sind. Man hat jetzt einige Leute im Europaparlament und dann eben mit sehr kleinen Landesverbänden, zum Beispiel Brandenburg, 50 Mitglieder hat diese Partei und haben jetzt 14 Landtagsabgeordnete. Die müssen jetzt erstmal eine Fraktion aufbauen, Mitarbeiter finden und so weiter und so fort. Also ganz, ganz am Anfang einer großen, großen Baustelle. Hat das BSW dann überhaupt genug Leute, um jetzt die neuen Mandate in den Landtagen zu füllen und dann vielleicht sogar in einer Regierungskoalition mitzuarbeiten? Die jeweiligen Spitzenkandidaten in den Ländern sagen, ja, wir haben genug Leute, vertraut uns. Wir bauen jetzt erstmal unsere Fraktion auf. Das ist ja sozusagen dann die Herzkammer erst einmal in den Landesparlamenten. Da muss man sich jetzt Personal suchen. Sie sind sehr optimistisch, dass sie da gute Leute finden, die sich bei ihnen bewerben werden. Genug Kandidaten für die Landtagssitze haben sie. Aber wenn es jetzt wirklich darum geht, gegebenenfalls in eine Landesregierung einzutreten, in Potsdam, in Erfurt oder in Dresden. Da muss man wirklich schauen, ob man noch weitere Leute von der Linkspartei zum Beispiel rüberholen kann oder auch andere Politiker, die sich von anderen Parteien lossagen, um diese Posten besetzen zu können. Man hat auch Leute von der SPD zum Beispiel rübergeholt. Auch Robert Krumbach, der Spitzenkandidat in Brandenburg, der war 40 Jahre in der SPD, ein Arbeitsrichter aus Potsdam. Und der ist dann auch zum BSW rübergegangen, weil er sich in der SPD nicht mehr wiedergefunden hat. Der hat gesagt, keine Sorge, wir haben gute Leute. Dann haben wir noch ein paar Leute mehr, die auch schon mal ein Parlament von ihnen gesehen haben. Wir können das schon. Wir haben Berufserfahrung, wir haben Lebenserfahrung und die bringen wir in die Politik ein. Und da wird ja auch immer gesagt, Berufspolitik muss ja nicht was immer Positives sein. Das kann ja auch ein Problem gewesen sein, dass Leute zu, zu lange in der Berufspolitik gewesen sind. Und jetzt kommt frischer Wind rein. Wenn ich mir die Abgeordneten, das sei mir gestattet, der anderen Fraktionen und Parteien mir anschaue, dann ist mir überhaupt nicht bange. Eins wird uns sehr deutlich unterscheiden. Wir wissen alle, wie man arbeitet. Kompetente Abgeordnete zu finden, ist das eine. Vor welchen Herausforderungen steht das BSW dann noch? Ich nehme das Beispiel eines Landtages. Da hat man jetzt 14 Abgeordnete in Brandenburg. Die brauchen Mitarbeiter von der Sekretärin über den Referenten. Die brauchen Leute, die für sie Programmarbeit machen, die die politische Arbeit sozusagen machen. Das sind weit über 100 Leute, die man da haben müsste, die zum Beispiel dann die Altersarbeit strukturieren. Wenn man in eine Landesregierung ginge, müsste man Leute haben, denen man vertraut, die man in die wichtigen Positionen bringt. Staatssekretäre, Abteilungsleiter, dieser ganze Verwaltungsapparat, der muss mit Leuten eben auch besetzt werden, zu denen man Vertrauen hat. Und das ist eben nicht so ganz einfach, das auf die Beine zu stellen. Denn man hat ja auch bei dem BSW, ich habe ja gerade gesagt, die haben 900 Mitglieder Pi mal Daumen. Die haben ganz bewusst wenige Leute reingelassen. Die lassen sich ganz bewusst Zeit damit, neue Leute in die Partei aufzunehmen, weil man nicht will, dass Extremisten oder Spinner in diese Partei reinkommen, die sozusagen das BSW kapern und dann sozusagen zum Chaos in der Partei führen. Das will Sarah Wagenknecht auf jeden Fall vermeiden. Und deswegen setzt sie mit ihren Leuten darauf, langsam zu wachsen, vorsichtig zu wachsen. Und da bin ich auch wirklich gespannt, wie das in den nächsten Monaten funktionieren wird. Aber wir müssen wirklich abwarten, ob das BSW in Regierung eintritt oder nicht. Dann lass uns doch mal gucken, ob überhaupt die realistische Chance besteht, dass sich das BSW auf eine gemeinsame Regierungserklärung mit anderen Parteien einigt. In Brandenburg wäre das die SPD, in Thüringen SPD und CDU, genauso in Sachsen. Auch da wäre eine Regierung aus SPD, CDU und BSW möglich. In Sachsen wäre im Gegensatz zu den anderen beiden Bundesländern aber auch eine Mehrheitsregierung ohne Beteiligung von BSW oder AfD möglich. Das Bündnis Sarah Wagenknecht hat im Wahlkampf stark auf Themen gesetzt, die im Bund entschieden werden. Also der Umgang mit dem Ukraine-Krieg, Rente- oder Migrationsthemen. Was kann das BSW denn auf Landesebene überhaupt inhaltlich vorweisen? In Ihrem Programm steht, dass Sie zum Beispiel das Thema Bildung ganz wichtig finden, denn das sind ja die Kernthemen von Landespolitik. Es geht um Bildung, es geht um Gesundheitsversorgung, es geht um Mobilität, es geht auch um das Thema innere Sicherheit, Polizei. In diesen Feldern haben Sie ein Programm vorgelegt. Also wenn man es so sieht, in Brandenburg will man zum Beispiel was tun gegen Unterrichtsausfall, gegen Lehrermangel. Man möchte, dass in Schulen die Schüler keine Tablets mehr haben bis zur vierten Klasse. Man möchte nicht, dass gegendert wird in den Klassen. Oder man will auch verhindern, dass es Krankenhausschließungen gerade im ländlichen Raum gibt. Also das sind die Forderungen, mit denen das Bündnis Sarah Wagenknecht in der Landespolitik nach vorne kommen will. Und finden sich denn da auf der Landesebene auch ausreichend Schnittmengen mit den anderen Parteien? Ich glaube schon. Es wird ja vor allen Dingen darum gehen, mit CDU in Thüringen und Sachsen zusammenzukommen und in Brandenburg mit der SPD. Und ich glaube bei den Themen Verkehrsversorgung im öffentlichen Raum, Förderung der ländlichen Räume, mehr Polizei auf den Straßen oder Wirtschaftsförderung. Ich glaube, dass man sich da auf landespolitischer Ebene durchaus einigen kann. Und ein anderes Thema, was für das BSW unheimlich wichtig ist, die wollen investieren in die Infrastruktur. In Straßen, in Brücken, in diese bröselnde Infrastruktur. Und die sagen, dafür muss dann eben auch mal die Schuldenbremse ausgesetzt werden. Und ich glaube, da würden sich die Ministerpräsidenten im Osten auch nicht sperren, wenn man das nach vorne stellen würde. Wie sieht es aus mit Schnittmengen mit der AfD und Bereitschaft zusammenzuarbeiten? Es wird immer wieder klipp und klar gesagt, eine Kooperation, eine Zusammenarbeit, eine Koalition mit der AfD wird es nicht geben. Und Sarah Wagenknecht sagt auch, in dieser Partei sind Nazis, da sind Rassisten, mit denen werden wir nicht so zusammenarbeiten. Aber was in BSW immer wieder zu hören ist, sollte die AfD einen Vorschlag machen, der sinnvoll ist, in Klammern, man hat große Zweifel daran, dass es jemals einen sinnvollen Vorschlag von ihnen geben wird. Aber sollte es einen Vorschlag der AfD geben, der sinnvoll ist, dann will man den nicht gleich von vornherein ablehnen, nur weil er von der AfD kommt, sondern man will sich das Punkt für Punkt angucken. Und die These des BSW ist, dadurch, dass die anderen Parteien immer in Bausch und Bogen alles abgelehnt haben, was die AfD vorgeschlagen hat, hat man dazu beigetragen, die AfD populärer zu machen. Und das will man unbedingt vermeiden. Und ein Ziel, es sagt zum Beispiel Katja Wolf, die ja die Landesvorsitzende des BSW in Thüringen ist, sie will Wähler von der AfD zurückholen. Mein politischer Anspruch war, der AfD etwas entgegenzusetzen und eine Alternative, eine demokratische Alternative zur Alternative zu sein. Also das heißt zum Beispiel, so ein Genderverbot in Schulen, da könnten schon BSW und AfD gemeinsam für abstimmen. Ja, wird nicht ausgeschlossen. Aber keinerlei formale Zusammenarbeit, keine Kooperation, kein Zusammengehen einer Koalition. Da sind die Grenzen schon relativ stark gezogen. Und wo knirscht es denn am meisten mit den anderen Parteien? Also welche Positionen vom BSW sind anscheinend unvereinbar mit anderen? Momentan würde ich sagen, im Bereich der Außenpolitik, wenn es darum geht, um den Ukraine-Krieg, um die Frage Krieg oder Frieden, Waffenlieferungen an die Ukraine oder ob US-Raketen in Deutschland stationiert werden sollen. Das soll als Text im Koalitionsvertrag stehen. Etwas, das mit Landespolitik überhaupt nichts zu tun hat. Aber das soll Widerhall finden in einem Koalitionsvertrag. Das wird auch garantiert nicht in Potsdam oder in Erfurt entschieden. Wahrscheinlich noch nicht mal in Berlin. Aber das will man unbedingt drin haben. Man möchte auch wieder, dass die Sanktionen gegen Russland aufgehoben werden. Und da steht man im Vergleich zu den anderen Parteien außerhalb der AfD doch relativ alleine da. Und dazu kommt noch eine enorme Skepsis gegenüber der NATO. Das sind so die großen Sollbruchstellen. Und deswegen sagt ja zum Beispiel auch auf Bundesebene Friedrich Merz, der CDU-Vorsitzende, dass es eine Koalition der CDU auf Bundesebene mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht nicht geben kann. Während er wiederum auf Länderebene den Landesvorsitzenden der CDU zumindest freie Hand lässt, zu gucken, ob man da irgendwie mit den lokalen, regionalen Themen irgendwie übereinander kommt. Das ist eine Kaderpartei einer Person, die sich in diesen beiden Landtagswahlkämpfen zur Weltpolitik geäußert hat. Aber was diese Partei zu den Abwassergebühren in Thüringen und in Sachsen sagt, weiß ich nicht, wissen die beiden auch nicht. So und insofern ist das eine Art Blackbox oder Redbox, wie Sie immer wollen. Da muss man halt mal reinschauen. Also auf inhaltlicher Ebene müsste das BSW erstmal viele Differenzen mit anderen Parteien aus dem Weg räumen, um überhaupt mitmischen zu können. Und die Partei fokussiert sich bisher viel auf bundespolitische Inhalte, die ganz Deutschland betreffen und nicht die Themen der Länder in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Wie groß ist deren Interesse überhaupt an Landespolitik? Tja, man sagt, dass Sarah Wagenknecht die Parteigründung ganz bewusst auf dieses Jahr gelegt hat, weil sie wusste, mit den drei Landtagswahlen im Osten, da könnte sie relativ schnell Erfolge holen für diese junge Partei. Und das ist ja wichtig, dass man einen guten Start hat. Aber ihr Interesse persönlich gilt insbesondere der Bundespolitik. Das große Ziel von Sarah Wagenknecht ist die Bundestagswahl, die ja mutmaßlich im September des nächsten Jahres stattfinden wird. Aber da kann man ja auch nicht mehr zu 100 Prozent sicher sein. Sie will dann, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht in Fraktionsstärke mit einem guten Ergebnis in den Bundestag einzieht. Und das ist ihr großes, großes Ziel. Also das heißt, es könnte gar kein Ziel der Partei gewesen sein, überhaupt in die Landesregierung einzuziehen nach diesen erfolgreichen Wahlen, sondern in der Opposition zu bleiben. Ich will mal sagen, wenn es geht, wenn sie Angebote bekommen, die ihnen so zu Pass kommen, die ihnen so inhaltlich passen, dann würde man das mitnehmen. Also man sagt, wir sind offen für Gespräche, wir werden uns aber nicht verbiegen. Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, aber wir müssen nicht. Und man sagt immer klipp und klar, wir als BSW werden nur dann in eine Regierung eintreten, wenn sich das Leben der Menschen spürbar im Alltag verändert. Für ein Weiter-so, sagt das BSW, steht man nicht zur Verfügung. Denn dann würde man die Wähler enttäuschen, denn denen hat man versprochen, einen Politikwechsel zu schaffen. Ein Weiter-so geht nicht mit dem BSW. Und jetzt ist es eben die Frage, welche Angebote CDU und SPD in den jeweiligen Bundesländern dem BSW machen können, um die in eine Koalition zu holen. Die sind eigentlich in einer ziemlich guten Ausgangsposition. Sie müssen nicht. Sie sind gerade mal im Januar gegründet worden. Sie müssen nicht sofort in eine Landesregierung. Dabei werden sie ja teilweise von anderen Parteien fast schon in die Pflicht genommen, angesichts der verfahrenen Situation in den drei ostdeutschen Parlamenten. Etwa von SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Sie will mit dem Reiz des Neuen und Unbefleckten in die Bundestagswahl des nächsten Jahres rein. Aber Frau Wagenknecht wird schwerlich in drei Bundesländern davor zurückziehen können, mit ihrer Bewegung in die Verantwortung zu gehen. Wie könnte denn so ein Kompromiss zwischen BSW und den anderen Parteien aussehen, das trotz der Differenz in einer Koalition zustande kommen könnte? Es kommt wirklich darauf an, ob es SPD und CDU, die ja in den drei Ländern die Ministerpräsidenten stellen wollen, es schaffen diese Themen, ob es jetzt zu Friedensverhandlungen zum Beispiel in der Ukraine kommt, irgendwie in den Koalitionsvertrag reinzuschreiben, vielleicht in so einer Art Präambel, in so einer Art Vorwort, wo man dann sagt, ja, wir setzen uns auch ein für Friedensverhandlungen, wir wollen, dass der Krieg in der Ukraine bald endet, aber dass man nicht sehr viel konkreter wird. Und so, dass man sozusagen vor die Klammer zieht und schaut, dass es wirklich in den Kernthemen um Landespolitik geht, dass man dort klar vereinbart, was man zusammen erreichen will in der Landesregierung und dass man die großen Themen, über die man sowieso nicht entscheiden kann, dass man die sozusagen voranstellt, ohne dass man da jetzt Ultimaten reinschreibt, wenn nicht X oder Y passiert, dann geht die Koalition auseinander. Bisher war die Partei ja sehr auf diese eine Person zugeschnitten, Sarah Wagenknecht eben, die ja auch beansprucht, die politischen Leitlinien vorzugeben. Kann das auf Dauer gut gehen? Es kann gut gehen, wenn sie sich etwas mehr zum Teamplayer entwickelt. Das war etwas, was ihr bisher eher abgesprochen wurde. Aber es ist natürlich eine Gefahr, wenn eine Partei so sehr auf eine Person zugeschnitten ist. Was ist, wenn Sarah Wagenknecht, auf die diese Partei ja komplett zugeschnitten ist, irgendwann vielleicht nicht mehr zur Verfügung steht? Wir erinnern uns 2019, da hatte sie einen Burnout, war monatelang nicht in Berlin, hatte sich aus der Politik zurückgezogen. Heute die Zäsur. Per E-Mail informiert Sarah Wagenknecht ihre Fraktionskollegen, dass sie nicht wieder als Fraktionsvorsitzende antreten wird. Es gehe ihr zwar nach zwei Monaten Pause wieder gut, Zitat, Allerdings hat mir die lange Krankheit, deren Auslöser in erster Linie Stress und Überlastungen waren, Grenzen aufgezeigt, die ich in der Zukunft nicht mehr überschreiten möchte. Das hatte auch Gründe, die hatten mit dem Machtkampf innerhalb der Linkspartei zu tun, dass sie da wirklich zermürbt sich fühlte. Was ist, wenn diese Person irgendwann mal nicht zur Verfügung steht? Sei es aus gesundheitlichen Gründen oder weil Sarah Wagenknecht vielleicht etwas anderes machen will als Politik, dann würde das BSW eigentlich relativ schwach dastehen, weil sie eben auf diese eine Person zugeschnitten sind. Es kommt jetzt in der Partei darauf an, in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren Strukturen zu schaffen und auch weitere Politiker hinzuzuziehen, um die Basis zu verbreitern. Ich glaube, als One-Woman-Show, was es ja momentan eigentlich noch ist, kann das auf Dauer nicht gut gehen, denn dann ist man zu 100% abhängig davon, dass Sarah Wagenknecht Politik machen will, Politik gesundheitlich weitermachen kann. Und das ist schon ein großes Risiko für eine Partei, die auf eine Person zugeschnitten ist. Wenn es so ein Risiko ist, allein auf Sarah Wagenknecht zu setzen, siehst du dann auch, dass das BSW sich von ihr ein Stück weit emanzipieren will? Nein, auf jeden Fall weiter mit ihr machen. Das sagt die Partei ja auch unumwunden. Wir setzen auf sie als Gesicht. Die Partei wird auch mindestens bis zur nächsten Bundestagswahl Bündnis Sarah Wagenknecht heißen. Man stellt sozusagen die beste Kraft nach vorne. Der Wahlkampf wird auf sie als Person zugeschnitten sein. Aber dennoch muss man, um eine Partei dauerhaft leistungsfähig zu halten, ein Team um sie scharen. Sie wird das alles alleine nicht schaffen können. Das sagt sie auch selber. Auch ihr Tag hat nur 24 Stunden. Sie muss sozusagen, wie es jede andere Partei hat, ein leistungsfähiges, leistungsstarkes Parteipräsidium, einen Vorstand um sie scharen, die sozusagen eben die Grundarbeit machen. Sie ist das Gesicht. Aber diese große, große Maschine, die ja eine Partei ist, die muss ja von irgendwem gesteuert und auch organisiert und ebenfalls auch geölt werden. Und siehst du denn irgendjemanden, der neben Sarah Wagenknecht auch öffentlich bestehen könnte? Sollte das BSW zum Beispiel in Thüringen mit Katja Wolf, die ich für eine ziemlich starke Kandidatin halte, die Landesvorsitzende dort, es schaffen, sich erfolgreich in einer Landesregierung zu halten, da hätte man da schon mal gezeigt, dass man jemanden hat mit Regierungserfahrungen, mit ja auch einem gewissen Erfolg in der Politik. Also das wäre schon mal ein Zeichen. Aber im Grunde, wie gesagt, eine Partei, die nur auf eine Person zugeschnitten ist, kann auf Dauer nicht erfolgreich sein. Das ist sehr, sehr riskant. Es gibt hohe Erwartungen an diese Partei, aber wir haben jetzt gehört, es wird gar nicht so leicht, die zu erfüllen. Inwiefern könnte der eigene Erfolg zum Problem für das BSW werden? Es wäre reizvoll, in eine Regierung zu gehen, um zu zeigen, wir können es besser. Wenn man die ganze Zeit auf den Marktplätzen behauptet, die anderen können es nicht und so kann es nicht weitergehen, dann wäre es ja die Aufgabe, der anderen Partei des BSW zu zeigen, wie es gehen kann. Also das wäre der Reiz. Aber das Risiko, dass man momentan einfach noch nicht in der Lage ist, diese Erwartungen zu erfüllen, weil das Gesicht und das Plakat ist ja das eine, aber die Alltagsarbeit in Landtagen, in Landesregierungen, gegebenenfalls irgendwann mal im Bund, das ist ja was ganz anderes. Und da hast du schon recht. Vielleicht, wenn man jetzt auf einmal innerhalb von wenigen Monaten auf einmal in drei Landesregierungen sitzen würde, dann wäre der Erfolg vielleicht etwas zu früh gekommen und es ist vielleicht das Ganze noch gar nicht vorbereitet. Also es ist eine große Chance, aber es gibt eben auch eine große Chance, es nicht so richtig hinzukriegen und dann... Es zu vermurksen und dann sozusagen mit dem Vermurksen in eine Bundestagswahl reinzugehen, wo dann die anderen sagen können, ach guck mal, ich kriege es ja auch nicht hin. Denn dann ist nämlich diese Erzählung, auf der Sarah Wagenknecht ja auch ihren Erfolg gründet, dass die anderen es nicht können und dass wir was Besseres verdient haben und so kann es nicht weitergehen. Wir brauchen den Wandel mit dem BSW, die wäre dann ja eigentlich auch zerstört. Ja, also diese großen Versprechen, die man macht, diese großen Hoffnungen, die anscheinend auch viele Wählerinnen und Wähler abholt, wenn man das dann nicht einlöst, dann ist es eine große Enttäuschung gegebenenfalls. Also es ist wie so eine Seifenblase, die platzt. Das ist das Risiko. Nicht nur das. Und dann ist nämlich auch die Sorge, und das wird auch im BSW so gesagt, dass wenn das nicht klappt, wenn dann eine Landesregierung mit ihrer Beteiligung nicht funktioniert, wenn das schon nach wenigen Monaten platzen würde oder wenn man eben auch die Erwartungen der Wähler nicht erfüllen kann, der BSW-Wähler, dass das sozusagen nur der AfD weiterhelfen würde. Dass sozusagen dann die Enttäuschten in größerer Zahl wieder zur AfD gehen und dann der Erfolg der AfD noch größer wird. Und das ist eine Sorge, die man hat. Und deswegen bin ich auch gespannt, ja, ob das BSW in eine Regierungskoalition eintritt oder ob man vielleicht andere Modelle wählt. Dass man vielleicht sagt, wir tolerieren eine Minderheitsregierung der CDU oder der SPD. Dann ist man nämlich nicht so mittendrin in dieser Verantwortung, kann nicht auch dafür sofort haftbar gemacht werden, sondern sucht sich Punkt für Punkt Themen raus. Dass man sagt, ach, mehr Polizei auf den Straßen, stimmen wir zu, mehr Geld für Brücken in Thüringen, stimmen wir zu, andere Themen sehen wir nicht, machen wir nicht, dann haben wir uns nicht die Hände schmutzig gemacht. Deswegen bin ich wirklich mal gespannt, ob das BSW in den drei Ländern in die Regierung reingeht oder ob sie sagen, nee, es kommt für uns noch zu früh. Das heißt, ich habe schon das Gefühl, wir sind hier an einer großen Weggabelung, an der es aber in viele, viele Richtungen weitergehen kann mit dem BSW. Genau, wir sind auch in einem großen Labor. Es ist ein großes Experiment, was wir gerade machen, mit einer extrem jungen Partei, mit wenig Struktur, mit wenig Erfahrung, die jetzt aber fürchterlich früh in ihrer Entwicklung möglicherweise in Regierungsverantwortung kommen kann und eben gucken muss, ob sie das wuppen können. Das kann gut gehen, es muss nicht gut gehen. Deswegen wirklich die nächsten Monate sind sehr, sehr spannend. Ich habe ein Gefühl oder einen Blick auf die Person Sarah Wagenknecht. Wer sich sonst noch in diesem Bündnis zusammengefunden hat, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Ich weiß, wie der Spitzenkandidat heißt. Das habe ich gelernt in den letzten Wochen. Ansonsten kenne ich das Personal nicht. Was man ja auch zugeben muss, es wird ja mal so gerne gesagt, das BSW ist eine Black Box. Man weiß nicht, was drinsteckt. Inhaltlich, personell, das wissen die anderen Parteien noch nicht. Und die suchen jetzt eben auch gerade die ersten Kontakte. Es gibt Gespräche, man lernt sich kennen. Also es ist wirklich ein Experiment mit für mich ungewissem Ausgang, ob das klappt oder nicht. Dagmar, vielen Dank dir. Gerne. Dagmar Pepping ist Korrespondentin im Hauptstadtstudio der ARD und hat dort das BSW und seine rasante Entwicklung ganz genau im Auge. Ihre Recherchen und Berichte findet ihr auch auf tagesschau.de. Verlinken wir euch in den Shownotes. Da findet ihr auch den Link zu einer anderen FKM-Folge, wenn ihr euch noch mal genauer mit Sarah Wagenknecht beschäftigen wollt und ihrem Bruch mit der Linken. Morgen schauen wir uns den israelischen Geheimdienst Mossad genauer an. Und wie dieser gerade in die Kriege und Konflikte im Nahen Osten eingreift. Autor der heutigen Folge ist Niklas Münch. Mitgearbeitet hat Moritz Fährle. Produktion Christiane Gehäuser-Kamp, Christine Frey und Fabian Zweck. Redaktionsleitung Lena Göttler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns. Tschüss.